Ja, das verlangt einige Nachfragen und die gehen heute an, Ulrike Winkelmann von der Taz. Ich grüße Sie. Guten Morgen, hallo. Frau Winkelmann, da brennt es wirklich gewaltig in der Koalition. Der Haushaltsplan soll ja eigentlich am 3. Juli stehen, Mittwoch nächster Woche. Glauben Sie, die Koalition findet bis dahin einen Weg aus dem Haushaltsdilemma? Frau Winkelmann, aktuell scheint es hier in Berlin kaum jemanden zu geben, der an den Zeitplan noch glaubt. Also die Nachrichten seit gestern lauten eher, naja, der Kanzler redet von Juli, soll heißen inklusive 31. Juli. Sein Sprecherhebestreit deutete gestern an, dass man ja auch noch den NATO-Gipfel am 9. Juli habe und bis dahin könnte ja was passieren. Also es scheint niemand zu glauben, dass es bis zum 3. Juli jedenfalls klappt. Ja, da wird es wahrscheinlich August, aber der Streit, so scheint es, wird ja mit jedem Tag auch weiter angeheizt. Der nächste FDP-Vizekubiki stellt die Zukunft der ganzen Regierung infrage. Dazu kommen 30 junge FDP-Abgeordnete, das ist ja immerhin ein Drittel der Fraktionen. Die stellen ihrem Parteichef klipp und klar vor die Wahl. Entweder du hältst die Schuldenbremse ein oder wir verlassen die Koalition. Liegt da ein Hauch von 1982 in der Luft, als die FDP schon mal das Lager gewechselt hat? Also ich stecke da nicht drin, aber es scheint mir eher so zu sein, dass diese kleine Revolte doch in Absprache mit Christian Lindner passiert sein dürfte. Das dient ja alles zur Unterstützung dessen, was Lindner seit Monaten nun sagt. Also dass er eine Fixierung der Schuldenbremse in der bisher bekannten, im Grundgesetz festgehaltenen Form eben verlangt und dass er keinen darüber hinaus und keinen drumherum anerkennt. Und nachdem die ganze Partei auf Christian Lindner seit Jahren ausschließlich ausgerichtet ist, er sozusagen der Alleinherrscher ist, gehe ich schwer davon aus, dass das, was da von Parteifraktionsgliederungen kommt und auch von Herrn Kubicki, den ja ansonsten niemand fragt, dass das schon auch mit der Parteispitze und sprich mit Lindner abgesprochen ist. Und eben jener Christian Lindner betont ja auch bei jeder Gelegenheit eben, dass er die Schuldenbremse einhalten will. Aber er sieht sich auch immer größerem Druck der Ampelpartner ausgesetzt, vor allem der SPD, während der Bundeskanzler sagt, man müsse mit dem Geld, das man zur Verfügung hat, auskommen. Welche Rolle spielt eigentlich Olaf Scholz in diesem Ringen um den Haushalt 2025? Ja, eine zunehmend schwierige, würde ich sagen. Also Scholz, wie auch die Leute rings um ihn herum, die verbreiten nun seit Wochen, ja Monaten, kann man inzwischen sagen, so eine Art unbeirrtes Zutrauen, dass da schon noch was passiert und dass man zu einer guten Lösung kommen werde. Aber es gebricht wirklich den meisten Leuten, die sich das von nahem hier in Berlin anschauen, inzwischen an Fantasie, wie das denn jetzt noch aussehen soll, ohne eine größere politische Explosion. Weil die Lösungen, Möglichkeiten, auch die Schuldenbremse aufzuweichen, nicht abzuschaffen, aber aufzuweichen, werden ja seit Jahresbeginn erwogen. Und man kann bisher im Kanzleramt nicht erkennen, welcher dieser Vorschläge eventuell denn jetzt noch in diesem Jahr Umsetzungsmöglichkeiten, also Realisierungsmöglichkeiten wohl erreichen könnte. Und daher braucht es jetzt, glaube ich, dringend ein Signal von Scholz, in welche Richtung diese Reise denn wohl schon gehen sollte. Im Sommerinterview mit der ARD hat der Kanzler ja gesagt, man müsse beim Bürgergeld treffsicherer werden. Und was glauben Sie, bahnt sich da schon eine leise Verschärfung des von der SPD ja mit eingeführten Bürgergeldes an? Ja, das ist das einzige Signal, was sich bisher wahrnehmen lässt, dass Scholz sich da vorstellen kann, am Bürgergeld noch was zu drehen. Ich nehme an, es läuft eher darauf hinaus, dass man versuchen wird, die Gruppe derer, die Bürgergeld bekommen, zu verkleinern. Also weniger an die Höhe des Bürgergeldes dran zu gehen, als vielmehr, zum Beispiel, wir hatten ja gerade das Interview mit dem ukrainischen Botschafter auch zum Thema Bürgergeld, zu versuchen, mehr Leute in den Job zu bekommen, damit die kein Bürgergeld mehr bekommen. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr diffuse Andeutung. Da kann man bisher nicht viel draus machen. Na, mal sehen, ob aus dem Diffusen doch noch mehr Klarheit erwächst. Das werden die nächsten Tage und Wochen sicher zeigen. Ulrike Winkelmann, danke für diese Auskünfte und Grüße nach Berlin. Ich bedanke mich. Vielen Dank.